Ganoci Shampoo Das DXN Ganoci Shampoo mit hautneutralem pH-Wert ist für alle Haartypen geeignet. Angereichert mit Ganoderma-Extrakt und Vitamin B5, pflegt und schützt dieses sanfte Shampoo die Kopfhaut auf natürliche Weise. Sein Hauptwirkstoff ist der Ganoderma-Extrakt, der fast 400 aktive Inhaltsstoffe enthält, die eine Vielzahl von positiven Wirkungen haben. Es wird mit Panthenol kombiniert, einem Provitamin, einer Vorstufe von Vitamin B5. Diese Substanz ist ein kosmetischer Superheld. Seine Superkraft liegt in seiner Fähigkeit, die natürliche Lipidstruktur der Haut zu imitieren. Es ist daher eine gute Wahl bei Sonnenbränden oder anderen Verbrennungen, bei denen diese Schutzschicht beschädigt ist. Man kann auch sagen, hilft es der Haut, sich selbst zu reparieren und gibt ihr einen kleinen Schub, den fast jeder braucht. Es hilft auch bei der Heilung von Hautverletzungen. Es dient als hervorragender Träger, damit die Wirkstoffe von Ganoderma in die tieferen Schichten der Haut eindringen und dort ihre hervorragende Wirkung entfalten können.